Alexander Tumfat ist ein deutscher Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und Kommunalpolitiker. Werdegang. Geboren im Mittelfranken, absolvierte Tumfat von 1979 bis 1984 ein Studium der Philosophie, Politischen Wissenschaft und Evangelischen Theologie in München und Augsburg, das er 1984 als Magisteratium in Philosophie, Politischer Wissenschaft und Evangelischer Theologie an der Universität Augsburg abschloss. In seiner Magisterarbeit widmet er sich dem Entwurf einer Menschenwürde in der Oratio des Giovanni Pico della Mirandola. Ebenfalls in Augsburg wird Tumfat 1991 mit einer Arbeit zu Die Perspektive und die Zeichen Hermetische Verschlüsselungen bei Giovanni Pico della Mirandola promoviert. Bis zu seiner Promotion betätigt sich Tumfat als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Arno Barruzzi und Theo Stammen. Nach seiner Promotion ist er bis 1994 als Lehrbeauftragter für Philosophie an der Technischen Universität Ilmenau und für Politik an der Universität Augsburg beschäftigt, bevor er 1994 eine Stellung als wissenschaftlicher Assistent bei Arno Waschkuhn an PH Erfurt annimmt. Dort habilitiert er 2000 in Politikwissenschaft mit einer Habilitationsschrift zur politischen Integration Ostdeutschlands. Anschließend folgte bis 2001 eine Vertretungsprofessur für Wolfgang Jäger an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ab 2001 ist Tumfat als Hochschuldozent an der neu gegründeten Universität Erfurt tätigt, wo er 2011 zum außerplanmäßigen Professor für politische Theorie ernannt wurde. Neben vielen Aufgaben im universitären Bereich ist er seit 2012 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Stiftung Hethersberg. Forschungsschwerpunkt Seine Forschungsschwerpunkte liegen besonders in der politischen Theorie und den Kulturtheorien von der Zeit der Antike bis zur Gegenwart. Ein besonderes Augenmerk legt Tumfat hierbei auf den Humanismus, die Renaissance und die klassische Moderne. Außerdem beschäftigt er sich mit Transformations-Theorien. Dabei besonders auf die Transformation in Ostdeutschland sowie mit Gerechtigkeitstheorien und den Theorien des Republikanismus. Politischer Ämter Alexander Tumfat ist Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen und seit 2004 im Stadtrat der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Er ist Fraktionsvorsitzender und sitzt als Stadtrat im Kulturausschuss sowie im Ausschuss für Bildung und Sport. Außerdem bekleidet er derzeit das Amt eines Aufsichtsrats bei den Erfurter Verkehrsbetrieben. Derzeit ist er Aufsichtsrat-Vorsitzender der Stadtwerke Erfurt Energiegesellschaft. Publikationen Die Perspektive und die Zeichen Hermetische Verschlüsselungen bei Giovanni Pico della Mirandola Fink Verlag München 1996 Staatsdiskurs und Selbstbewusstsein Sprachlich-Rhetorische Formen ihrer Institutionalisierung Gordon Plusbridge Verlag Fakultas Amsterdam 1996 Mit Andreas Dornheim, Wilfried Franzen und Arno Waschkun Gerechtigkeit Interdisziplinäre Grundlagen Opladen, Wiesbaden 1999 Westdeutscher Verlag ISBN 3-5-3-1-1-3-3-0-2-0 Die politische Integration Ostdeutschland Surkamp Verlag Frankfurt M. 2002 Teile dieses Buches sind in koreanischer Übersetzung Seul 2007 383 S. Erschienen Mit Arno Waschkun Staatstheorien des italienischen Bürgerhumanismus Politische Theorie von Francesco Petrarca bis Donato Gianotti Nomos Verlag Baden-Baden 2005 Arno Waschkun Alexander Tumfat Diskurse der Würde Sozialphilosophische Konzepte zur Fragilität menschlicher Existenz Surkamp Verlag 2012 Politik in Ostdeutschland Lehrbuch zur Transformation und Innovation Oldenburg Verlag München Wien 1999 Arno Waschkun Alexander Tumfat Politisch-kulturelle Zugänge zur Weimarer Staatsdiskussion Nomos Verlag Baden-Baden 2002 Dorothee Kimmich Alexander Tumfat Universität ohne Zukunft Surkamp Verlag Frankfurt M. 2004 Gisela Riescher Alexander Tumfat Monarchien Eine Einführung Baden-Baden Nomos Verlag 2008 Mit Arno Scherzberg Tillmann Bettsch Helge Polkert Peter Weigenbach Gerhard Wegner Klugheit Begriff Konzepte Anwendungen Reihe Neue Staatswissenschaften Band 8 Verlag Morsibeck Tübingen 2008 Mit Arno Scherzberg Hermann Josef Blanke Gerhard Wegner Jürgen Backhaus Hans Friedrich Müller Helge Polkert Dimensionen des Wettbewerbs Europäische Integration zwischen Eigendynamik und politischer Gestaltung Reihe Neue Staatswissenschaften Band 4 Verlag Morsibeck Tübingen 2010 Mit Moritz Brunn Frank Ertrich Jan H. Fallbusch R.A.J. Kohlmorgen T.S. Sprekelsen Transformation und Europäisierung Eigenarten und Dependenzen von postsozialistischem Wandel und europäischer Integration Münster 2010